durch die wahlzeit ist derzeit 19 stimmt da war noch weil das wenn man schon mal gerade pause haben und zwar werde ich bespielen möchte könnte es sein dass ihr euch ab und an nicht registrieren könnt denn die haben sie so gemacht dass da robocraft grad so riesigen ansturm hat dass sie ab und an mal die registrierung ausschalten mit die hinterher kommen weil sonst sind die sehr überlastet und das ist ja auch nicht gerade das ware weil die wo schon drauf sind spielen können heißt nicht zu sagen einfach später am tag probieren oder tag nach ihr kommt alle rein es ist einfach nur es kann sein dass ich mal abgeschaltet ist einfach nur damit die selber zurecht kommen die müssen ja auch als die leutchen von robocraft ihr wisst ja auch erstmal schauen dass die ganze server bereitstellen und die ersten fließen schon werde ich über auto fährt damit heute das haben wir so mitschießen hier überall ich möchte nach links fahren linke nach links setzen oder auch nicht dankeschön warum habt ihr eigentlich dann verstehe ich mir nie genau rairoh sagen wir mal ob da jemand ist folgt mir zumindest jemand ja einer folgt mir schon mal gut ja ich sehe schon ich sehe schon ja ist ja schon gut ist ja schon gut dort zu welcher habe ich möchte jemanden bekämpfen auf glatter fläche hier ist niemand das ist wahrscheinlich also drüben ihr habt dort wie wird geschossen da ist ich gar nichts gerade los ich doch der verkehrten seien zu sein irgendwie sind die vielleicht sogar schon sollte mich gleich ach da oben schwirrt herum hat der ein glück dass ich ein antiflugzeug gefährt bin akkuratisch schießen ist mein hobby kommt schon irgendwas muss ich doch darum treffen kommt jetzt viel zu hoch er ist nicht so hallöchen habe ich dir gerade eine letzte kanonik weggeklaut wenn jemand gewaffen hat dann muss der zuerst weg verkaufen verkaufen ich gerade höchste gefahren oder was nein 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 ich muss fliegen braucht mich das hat schon wieder nicht geklappt nur 400 haben die mich gibt es gleich habe ich auch wirklich seitlich durch getroffen dafür da war die panzerung da war da war eigentlich panzerung dass mein panzerung hinten ja das ganze ganz ehrlich wenn ich die 10.000 ab dann wird das ganze gestell eh aus gelbem material gemacht werden wie gesagt dafür haben wir ja dann die kohle wir haben die eis map wir haben die eis map wir werden gletscher schmelzen gehen profi cool die neue karte und ich habe keine ahnung vom layout ok ich hoffe dass meine andere nicht einfrieren hilfe ich merke schon meine zukünftige bauart genau hast du so in der richtung wie ist er also hier sieht er hat lauter kleinen hubbchen vorne hinten und so ein bisschen also mein design wird ähnlich wie seins sein nur werde ich breite reifen verwöhnen denn hilfe ps das ding ist wirklich ganz schön glitschig okay moment wie groß ist denn die karte ich habe irgendwas in der entfernung gehört oh verdammt noch mal ah endlich da mal an den feind so mach mal bunkelspielchen damit es scheint nicht ganz zu funktionen whoa oh chancen tanken tanked dann ich gebe unterstützungsfeuer unterstützungsfeuer komm schon mach ich perfekt schieß wobei in die richtung irgendwas treffen auf jeden fall 000 wir 2,3 wir machen das weg hier weg hier war man die fertig nice ok schön abkassiert komm schon ab nach oben wir müssen weiterhelfen falle ich mich in die Flanke der nächste ist draufgegangen komm schon keine Waffen mehr hohohoho ähm hallo könntest du eventuell sterben dankeschön wo ist denn der andere ich krieg dich ich helf dir er hat er hat noch einen Laser aber er hat jetzt keinen mehr oh Gott da kommt der nächste da kannst du dich dieses dünnbaki fahren ist geil oh level 23 dankeschön mitten im Kampf ich schieße dir die Bandagen weg und wer nach vorne sturm kein über dem schoss hat oh Gott oh ich seh grad mir für die ganze rechte seite jahoo okay wir haben muss ist noch jemand okay ein einziger lebt noch will ich mal sagen gehen wir mal zum gegnerischen spawn rüber schauen wir mal den irgendwie finden können außer natürlich ihr versteckt sich ne ist es nicht ich dachte da hinten wäre er ne ist nur ein raundes Frag das ist nur ein raundes Frag oh Gott wow wir haben sogar vorne ein Loch drin ouch gut tag hier kommt ihr freundlicher miteroberer so oh Gott oh Gott so jetzt zum Thema Pansong oh ich schaue aus wie ein durchlöcherter Käse schauen wir mal aber das ist also mit Fiegel könnte sie meinen Kopf rausschneiden nicht schlecht versprechen und ich habe 5 stücke Töte also wenn es keine Kohle gibt dann weiß ich auch nicht na komm erleuchte mich gib mir die Punkte ich muss doch viel bauen Wicke ist 1001 oh ja das ist Musik in meinen Ohren und zwar richtig tolle Musik ja ich könnte jetzt mal ich weiß nicht ob ich gesagt wir sparen aber die möchte ich doch kaufen denn wir tauschen jetzt hier ein paar aus die zwei hier ist auf der anderen Seite genauso denn ich habe gesehen die schießen mir hier relativ freudig in die Seite rein hier habe ich denn noch gibt über sechs stück das heißt ich kann noch nach links nach rechts sitzen oder tag nein hier es ist muss mal kurz raus dorthin es gibt über noch viel weitere dann mache ich das ganze Cockpit hier mal eben komplett sicher äh Inventorien Speziale ich habe ich habe zwei Pilotensitze komme ich nach den zweiten Bitteran es ist mein Notfallsitz falls der andere irgendwie abschmiert oder was kann ich ja draußen noch ein hinbauen nein aber so so durfte ich ein zwei Schüssel mehr überleben was mir in manchen Situationen doch relativ zugutekommen sollte doch 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 ist vielleicht gerade mein SMS Speicher wieder voll es kann gut sein ist wieder ausgeglichen das Quailtner so weit alles in Ordnung der SpaceX Dragon ok wo ist denn dieser SpaceX Moment 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 da muss ich hin das 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 ist toll was ist das denn bleib stehen Kollege bleib stehen ist das ein Fanta Smiley oh mein Gott wie geil ist das nein das könnten oh ja doch das ich habe effektiv oh mein Gott wie geil ist das denn das ist Smiley man er wird mich beschützen mit seinem großen Smiley Gesicht oh hier oben geht es grad ab Moment ich komm mit dem Antrieb für den rückwärtsgang aha oh 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 irgendwie komm ich grad nicht hoch Moment ich hab kommt er ist her ja nicht du schon wieder Killer Bee krieg ich nicht ist zu weit oben denk it oh irgendwie wird grad unser unser Smiley ganz schön präpariert präpariert guten Tag ich wäre auch noch da oh oh verdammt ah Lässt du mich? Ich seh grad die ganzen Waffensysteme von den Leutchen nicht. Ist grad weniger gut. Komm schon! Wo sind denn die ganzen Waffensysteme? Ich seh sie nicht! Sie sind irgendwo eingebaut! Oh Gott! Nein, 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 nein! Ich muss weg! Ich muss sowas von weg! Ich, ich, ich schaff's gleich! Ich schaff's gleich! Nein, 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 nein! Nein! Den geht's! Och, Mann, oh! Ja, kaum was bekommen! Habt ihr den Smiley gesehen? Hi, der witziger, der war cool! Ganz ehrlich, das nenne ich mal, verdammt heftige Kehratimität! Warte, wenn wir hier sind... Möchte ich doch mal gucken, was können wir uns... Wir können uns die Duels schon leisten. Viertausend, oh mein Gott! Viertausend heißt, jede Menge RoboCraft! Und ich warte eigentlich nur darauf, bis man Clans machen kann! Oder in Gruppen zocken! Oder an sich so einen Raum aufmachen kannst, wirklich privat zu sagen, hey! Das ist ein Raum, zocken wir mal! Weil das wär so ein Ding, wenn wir sagen, hey, komm! Ich hol noch meine anderen Kollegen dazu! Denn zum Beispiel der Wave, der wird's auch relativ interessant finden! Äh... Ich schwebe! Ah, es braucht grad'n bisschen... Das zocken nur ohne... Sag's mal... Hm... Zeitlich schön, auch nicht schlecht! Nur wenn wir nicht von an sich sagen, kann man zocken. Zusammen ist natürlich auch ein bisschen blöd! Da finde ich es von McWarrior gut gelöst, dass man von Anfang an sagen konnte, hey! Ich möchte mit dem und dem in einer Gruppe spielen! Meine Damen und Herren, wir haben soeben einen Flummi entdeckt! Er ist sehr agil, hat... Leisten, starke Kanone... Und beherrscht Breakdance! Ich glaube, dass er sich wieder einen gekriegt! Ich seh' dich, ich seh' euch! Ich seh' euch alle! ел趣, zugeg' einen Fl neste Oh, oh, oh... Ich mach's hier weg... Oh, oh... Das hab ich ganz genau gesehen! Oh, oh, wow, die... Die kommen grade hier alle! und zwar massiv was heißt es das heißt wenn ich mich zurückziehen will verdammt das auf mich abgesehen ich muss doch schaden anrichten kommt schon richtig schaden anrichte schaden an die die habe ich habe ich meine antriebe verloren ja ich habe gerade durch die gegend ja schon ein bisschen nach oben ist allerdings ja schon ich kann nicht kommen okay was ist heute los warum gehen die alle auf mich los ich bin doch so ein lieber kerl ja